Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Fruchtsaftkuchen. Der Fruchtsaftkuchen hat seinen Namen vom La Bamba Orangensaft. Wahrscheinlich ist dieses Rezept eventuell in Abwandlung auch unter anderen Namen bekannt. Es handelt sich um einen REL, leichten Kuchen, der auch im Sommer herrlich erfrischend ist. Ich persönlich nehme normalerweise einen Multivitaminsaft, aber natürlich darf auch gerne, je nach Geschmack, anderer Fruchtsaft benutzt werden. Für 4 bis 6 Personen werden folgende Zutaten benötigt. Biskuit 6 Eier 100 Gramm Feinkristallzucker 150 Gramm Weizenmehl Type 405 PKG Backpulver Prise Salz Puddingschicht Liter Multivitaminsaft 100 Gramm Speisestärke Mark von einer Vanilleschote 1 Teelöffel selber gemachten Vanillezucker Ersatzweise 1 PKG Vanillezucker Quarkschicht 500 Gramm Magerquark 10 oder 20% Fett 400 Milliliter Schlagsahne Mark von einer Vanilleschote 1 Esslöffel selber gemachten Vanillezucker Ersatzweise 1 bis 2 PKG Vanillezucker Butterkekse Eventuell Puderzucker Folgende Utensilien werden benötigt. Küchenwaage Messer Schneidebrett Mehlsieb Einige Schüsseln Küchenmaschine oder Handrührer mit Rührbesen und 3 Rührschüssel Teigschaber Topf Schneebesen Feinsieb Backblech ausgelegt mit Backpapier Küchenpapier Zubereitung Vorbereitung Biskuitteig Alle erforderlichen Zutaten exakt abwiegen und bereitstellen. Das Mehl mit dem Backpulver vermengen und in eine Schüssel sieben. Die Eier einzeln in Eiweiß und Eigelb trennen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Das Backrohr bei Ober- und Unterhitze auf 180 Grad Celsius vorheizen. Biskuitboden Das Eiweiß mit einer Prise Salz in einer fettfreien Schüssel zu festem Eischnee aufschlagen, siehe Überkopfprobe. Sobald der Schnee anzieht die Hälfte des Zuckers in die Eiweißmasse einrieseln lassen und so lange weiter schlagen bis eine cremige, glänzende Eiweißmasse entstanden ist. In einer Schüssel den restlichen Zucker mit den Eigelb sehr schaumig schlagen. Dann mit einem Teigschaber die Hälfte des Mehls unter die Eigelbmasse heben. Danach die Hälfte des Eischnees unter den Teig heben. Schließlich vorsichtig das restliche Mehl unter den Teig rühren und abschließend den restlichen Eischnee locker unterheben. Den Teig dünn auf das Backblech streichen und im heißen Backrohr auf mittlerer Schiene für etwa 15 bis 20 Minuten goldgelb gar backen, siehe auch Holzstäbchentest. Dann aus dem Backrohr nehmen und auf dem Blech vollständig 10 Minuten abkühlen lassen. Den Teigboden mit Hilfe des Backpapiers auf ein Kuchengitter stürzen, das Backpapier abziehen und den Biskuitboden auskühlen lassen. Puddingfruchtcreme Die Vanilleschote der Länge nach halbieren und das Vanillemark auskratzen. Das Puddingpulver in einer Schüssel mit etwa 9 Esslöffel Saft glatt rühren. Den restlichen Multivitaminsaft mit dem Vanillemark sowie der Vanilleschote in einem Topf zum Kochen bringen. Die Vanilleschote entfernen, abwaschen, trockentupfen und anderweitig verwenden, siehe Tipp. Dann die an Speisestärke zugeben und einmal unter Rühren aufkochen lassen. Den Fruchtpudding von der Herdplatte ziehen und solange weiter rühren, bis der Pudding fest geworden ist. Die Puddingfruchtcreme auf Handwärme abkühlen lassen und um eine Hautbildung an der Oberfläche zu verhindern gelegentlich umrühren. Den Fruchtpudding gleichmäßig auf dem Biskuitboden verteilen und vollständig abkühlen lassen. Quarkcreme Die Vanilleschote der Länge nach halbieren und das Vanillemark auskratzen. Die Schlagsahne mit dem Vanillemark cremig aufschlagen. Den Magerquark besser richtigen, nicht gerührten Topfen leicht abtropfen lassen und in einer Schüssel glatt rühren. Dann die geschlagene Schlagsahne locker unter die Quarkmasse heben. Die Quarkmasse-Masse auf dem abgekühlten Pudding gleichmäßig verteilen und glatt streichen. Den Kuchen mit den Butterkeksen belegen. Dann mit Puderzucker bestreuen und mit Frischhaltefolie abgedeckt für mindestens eine Stunde kalt stellen. Fertigstellung 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 Fertigstellung